Musik Kennst du den Sketch Stop It von Bob Newhart? Das ist mein persönlicher Lieblings-Sketch bei YouTube. Du kannst es mal googeln, recherchieren und dir das unbedingt anschauen. Ich erkläre kurz den Plot. Bob Newhart, berühmter Komedien, spielt einen Psychotherapeuten, der eine Patientin empfängt. Die Patientin kommt rein und sagt, ich habe eine Klaustrophobie. Ich habe Angst, lebendig in einer Kiste begraben zu werden. Und Bob Newhart in der Rolle des Psychotherapeuten fragt sie, bist du schon mal irgendwie begraben worden? Hast du schon mal eine Erfahrung gemacht? Nee, aber das macht das ganze Leben schrecklich und so weiter und so fort. Und jetzt kommt er zur therapeutischen Intervention und er sagt der Patientin, pass auf, ich sage dir jetzt zwei Worte. Diese beiden Worte bitte mitnehmen und in dein Leben integrieren. Und sie sagt, okay, alles klar, sagt mir die Worte. Und er lehnt sich über den Tisch und sagt, stop it! Also hör auf damit. Und die ist total erschrocken und sagt, was meint er damit? Sie sagt, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Du willst doch nicht dein Leben durch die Gegend laufen und Angst haben, lebendig in der Kiste begraben zu werden. Das ist doch völlig bescheuert. Sie sagt, sie kann damit nicht einfach aufhören. Sie hatte schon seit ihrer Kindheit gesagt, stop it! Nee, darüber reden wir nicht. Ja, aber das fällt ihr schwer. Stop it! Hör auf! Und dann sagt sie, aber so einfach geht das nicht, weil sie sei eine schwierige Person, habe schwierige Beziehungen, toxische Beziehungen mit Männern. Stop it! Also sie schüttet sozusagen ihre ganze Psychopathologie über ihn aus. Da ist ein Problem, da hat es ein Problem, da hat es ein Problem. Und seine Reaktion immer wieder, stop it, stop it! Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit! Und am Ende wird sie ziemlich ungehalten, sagt, aber sie sagen mir immer nur, stop it, ich soll einfach damit aufhören. Sagt sie, ja klar, die meisten Patienten haben genau das Problem, das gleiche Problem. Wir können, also sinngemäß, wir können so viel über die Dinge jetzt nachgrübeln, wie wir wollen. Du wirst dein Verhalten verändern müssen, hör einfach auf damit. Und dann sagt sie, das kann sie nicht und das sagt ihr, pass auf, folgender Satz. Stop it! Oder ich begrabe dich lebendig in einer Kiste. So endet das jetzt. Ich lache jedes Mal darüber. Und es ist eigentlich so offensichtlich, dass wir, wenn wir leiden unter irgendetwas, einfach mit dem Schmerz auslösenden Verhalten aufhören sollten. Warum ist es aber gar nicht so einfach? Ich habe selber als Arzt in der Psychiatrie gearbeitet, psychotherapeutische Ausbildung. Ich mache seit 20 Jahren, mache ich hauptberuflich Coachings. Und ich merke immer wieder, dass es eine Sache gibt, der wir uns nicht so sehr zuwenden wollen. Und zwar sind das unsere dunklen Seiten, unsere Schattenseiten, unsere psychischen Wunden, unsere Traumata, unsere Knoten, unsere Süchte, Verhaltensweisen, die wir aufrecht erhalten und die immer wieder zum gleichen Ergebnis führen. Und obwohl wir eigentlich wissen von draußen, naja, sei nicht mehr mit diesen toxischen Menschen zusammen. Friss nicht so viel Scheiße. Kümmer dich um deinen Körper. Hör nicht den falschen Menschen zu. Hör den richtigen Menschen zu. Spüre, du bist müde. Dann geh schlafen. Brauchst keinen Kaffee. Sag deine Meinung. Und so weiter. Und wenn man jetzt so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann merkt man relativ schnell, dass es für sehr viele Menschen, die äußerlich gut funktionieren, innerlich so Stacheln gibt, die ihnen in der Seele stecken und die sie über Jahre und oft Jahrzehnte im Leben antreiben und durchaus auch motivieren können, aber eben sich teilweise so äußern, dass sie sich ihren Schattenseiten nicht widmen. Und ich gebe mal so ein paar verschiedene Settings durch. Also erstmal, was ist so eine typische Heldenreise? Kennst du vielleicht aus Hollywood-Filmen? Immer das gleiche Setting. Heldin oder Held. Alles stabil. Alles schön. Dann kommt eine Herausforderung. Während der Herausforderung passiert etwas Unvorhergesehenes. Dann wird gelitten, gekämpft. Dann wird besiegt. Dann gibt es eine Niederlage. Und am Ende ist Heldin oder Held immer eine bessere Version ihrer selbst geworden. So, das ist der Idealplot. Gucken wir aber in die Realität. Da passiert den meisten Menschen etwas Ähnliches wie Heldin oder Held, ohne dass sie eine bessere Version ihrer selbst werden. Und viele Menschen erleben wirklich schlimme Dinge. Häufig schon in der Kindheit. Emotionale Vernachlässigung, Misshandlungen, schlimme Traumata. Dinge, die wirklich schmerzhaft sind. Und die so den Menschen, wenn es dumm läuft, in einer Lebensphase traumatisieren, wo sie noch gar nicht lernen, dass sie selber das da draußen beeinflussen können. Also das vernachlässigte Kind, das traumatisierte Kind, jemand, der in einer verletzlichen Phase seines Lebens etwas Schmerzhaftes erfahren hat, wird nicht aus dem Schmerz lernen und sagen, okay, da muss ich durch. Das können resiliente Menschen unter bestimmten Umständen schon. Sondern sehr viele sagen, oh, das tut so weh, das beeinflusst jetzt mein restliches Leben. Und jetzt wird es interessant. Es gibt Menschen, die tatsächlich wie so eine Schutzschicht ihr ganzes Leben um einen, so einen emotionalen Bereich herum bauen und über Jahre und Jahrzehnte vor diesem Schmerz weglaufen. Und das kann etwas, sage ich mal, Banales sein. Zurückweisung in der Schule von Klassenkameraden, zu Hause auch schon ein paar Mal zurückgewiesen worden. Und dann läuft man über Jahre und Jahrzehnte durchs Leben mit diesem inneren Programm, ich muss anderen Menschen gefallen. Man drückt seine Persönlichkeit beiseite, man unterdrückt seine Wünsche. Und dann funktionieren Menschen äußerlich gut, aber fühlen sich innerlich nicht stark. Oder aber so ein Stachel führt in eine Gegenreaktion. Ich habe eine Niederlage erlitten, da hat etwas furchtbar wehgetan. Das will ich nie wieder spüren. Mein Vater ist pleite gegangen, also muss ich mich beruflich beweisen. Und dann wird gekämpft und gearbeitet und Karriere gemacht und die Familie geopfert und die Gesundheit geopfert und so. Weil in der Vergangenheit irgendwo ein Stachel, ein Trauma, irgendein Problem steckte, was man über Jahre und Jahrzehnte in das Leben integriert hat und was einen antreibt. Oder man hat selber irgendwann mal eine auf den Latz gekriegt und will das jetzt nicht mehr erleben und kommt in so eine Gegenreaktion hinein. Und das ist total spannend, weil im ersten Fall, was ich beschrieben habe, eine Angst vermieden wird und das führt zu Schwäche. Im zweiten Fall wird ebenfalls etwas vermieden, aber das kann zu einer Stärke führen. Also sehr viele Menschen, die in unserer Gesellschaft wirklich gut funktionieren, Performer, Leistungsträger, Menschen, die nach außen hin strahlen, die was Tolles, ideale Beziehungen, tolle Familie und sowas, laufen ganz oft auch vor etwas weg. Und dann ist das, was sie nach außen als Stärke transportieren, eigentlich gar keine Stärke, sondern es ist Reaktanz. Sie haben ein reaktantes Verhalten. Sie versuchen, auf etwas in der Vergangenheit einzureagieren, gehen ganz bewusst in eine andere Richtung. Das hat so wehgetan, würde ich niemals erleben. Und das sieht nach außen aus wie Freiheit. Es ist aber keine Freiheit, sondern es ist Unfreiheit. Es ist etwas, was du immer noch in dir spürst, immer noch einen Schmerz. Genauso wie im ersten Fall, wo du sagst, ich spüre diese Stärke gar nicht, dass ich mich diesem Thema widmen kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, da heranzugehen. Entweder guckst du weiterhin weg, okay, alright, oder aber du gehst da durch. Ich möchte mal zwei Unterscheidungen treffen. Schmerz. Es gibt sauberen Schmerz und es gibt schmutzigen Schmerz. Zunächst mal, was ist ein schmutziger Schmerz? Ein schmutziger Schmerz wäre, da tut was weh und ich misshandle mich weiter, um nicht hingucken zu müssen. Ich gehe auf andere Verhaltensweisen. Ich werde exzessiv. Ich werde süchtig. Ich vernachlässige mich. Ich spüre mich nicht. Ich gehe zum Saufen. Ich nehme Drogen. Ich mache toxische Beziehungen. Ich führe ein Leben, das mir nicht gut tut. Ablenkungsstrategien, schmerzhafte Strategien, die aber schmutzig sind. Oder nur kurzfristige Glücksgefühle hervorrufen. Also Beispiel, dein Job ist scheiße. Du magst dein Leben nicht. Und dann gehst du nach Hause und sagst, bevor ich das jetzt hier mache, gehe ich, oh, klicke ich mich vor den Fernseher, gucke mir irgendeine Serie an und trinke ein paar Bier zu viel. Okay, also das wäre sozusagen sogar schmutziges Glück, weil dieses Glück für kurze Zeit vielleicht dich ablenkt, aber nicht langfristig wirklich weiterführt. Es gibt auch sauberes Glück. Sauberes Glück wäre, ich spüre mich nicht. Mir geht es nicht gut. Dann gehe ich jetzt zum Sport, bewege meinen Körper, achte auf mich, lebe gesünder. Dann bin ich vielleicht nicht kurzfristig glücklich und habe einen Glückskick, aber langfristig wird sich mein Körper auf ein anderes, höheres Glückslevel einpendeln. So, was wäre jetzt also die richtige Reaktion? Die richtige Reaktion wäre, sauberen Schmerz zu erleben. Sauberer Schmerz würde bedeuten, ich gehe hinein in die Situation, die mir wehtut. Ich schaue dahin, wo mein innerer Dämon ist. Ich stelle mich dem Schmerz. Ich stelle mich der Angst. Ich stelle mich der Unsicherheit. Das würde aber bedeuten, ich muss das Konstrukt loslassen, was ich um mich herum aufgebaut habe. Also das heißt, ich muss loslassen, wer ich nach außen sein möchte. Ich muss äußere Kriterien loslassen. Dann ist vielleicht die Mama mal nicht die liebe Mama, sondern die weinende Mama, die zusammenbricht oder die wütende Mama, die wütende Partnerin. Dann ist der Chef vielleicht nicht der allwissende Chef, der sagt, ja, ich weiß meinen anderen Mitarbeitern, sag ich, wo es hingeht, wo es lang geht. Dann ist der vielleicht mal der unsichere Chef. Dann ist der vielleicht der Chef, der mal eine Schwäche zugibt. Und im therapeutischen Setting ist es natürlich noch so, dass du noch weiter in die Tiefe gehen kannst. Dann sind wir ganz schnell beim, welches Kind steckt denn dahinter? Also dann ist der Chef nach außen plötzlich das arme, kleine, verwundete Kind von damals, als er sechs war. Und die Mama, die ihr Leben managt, plötzlich die kleine Fünfjährige, die irgendwas mitschleppt. Und das ist eine ganz spannende Betrachtungsweise, weil eigentlich, wenn wir uns mal Schmerzen angucken, Gefühle, dann ist der logische Heilungsprozess, Kinder können das, dass du durch das Gefühl durchgehst und dass du weißt, dass das Gefühl irgendwann weg ist und dass du nicht das Gefühl bist, sondern dass das Gefühl nur ein Teil von dir ist. Wenn du aber in dieses Gefühl reingehst, dann heißt das, dass du das Gefühl aushalten musst. Und das kann teilweise dramatisch sein, das kann schmerzhaft sein, das kann sich übelst anfühlen. Vor allem, wenn du darauf angewiesen bist, dass du Sicherheit hast, dass du emotional gehalten wirst, dass du emotional stabil bist. Und dann sollst du plötzlich weinen und loslassen. Oder du wirst verlassen, eine Beziehung beendet. Dass der Schmerz des Verlassenwerdens, dass das schlimmste Urtrauma des Menschen an sich jetzt sagt, so jemandem mal im Moment, wir sind alle eins, du bist nicht alleine auf der Welt. Du spürst das, du bist alleine. Und dann hast du häufig eine Retraumatisierung. Es kommt dir so vor, wie das kleine Kind, was schreiend, alleine im Zimmer zurückgelassen wird und Mama geht raus und hört das Schreien nicht. Wenn du aber durch Schmerzen durchgehst, durch solche Gefühle durchgehst, dann wirst du merken, das ist so ähnlich wie bei, naja, Wellen. Eine Welle kommt, eine Welle geht. Wenn du durch die Welle durchgehst, du fühlst das Gefühl, du lässt es da sein, du lässt es wirken, du lässt es irgendwas mit dir machen, dann wirst du hinterher merken, alles ist eigentlich gut. Das Gefühl ist weg. Das kann noch so sehr wehgetan haben oder noch so sehr wehgetan, so sehr wehtun. Es gibt dich danach immer noch. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt Menschen, die auf diese Art und Weise auf Schmerzen, Trauer, Gefühle reagieren. Die sagen, okay, ich lasse das Gefühl zu, ich gehe da jetzt rein, ich fühle das Gefühl. Die machen nichts anderes als Kinder. Kind ist wütend und tobt und das Gefühl nach kurzer Zeit wieder weg. Kind weint, ist traurig, das Gefühl ist nach kurzer Zeit wieder weg. Aber es bleibt nichts kleben. Die Wut bleibt nicht kleben, die Trauer bleibt nicht kleben, die Angst bleibt nicht kleben. Es wird aber durchlebt. Wir Erwachsenen aber versuchen, dieses unangenehme Gefühl zu betäuben, zu beherrschen, wegzukriegen und dann bauen wir uns Regulatorien auf, so Settings. Und wir können uns steuern. Selbststeuerung ist eine tolle Geschichte. Aber gerade bei diesen wichtigen Themen, wenn ein Stachel in der Seele steckt, wenn es irgendwo innerlich wehtut, wenn irgendwo was uns innerlich beschäftigt, wir vor etwas weglaufen, ist das genau die falsche Reaktion. Also wenn du in eine psychiatrische Klinik gehst und da hat einer einen Anfall, einen Wutanfall oder weint ganz furchtbar, die spontane menschliche Reaktion ist hinzugehen, zu trösten, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oder man gibt den Menschen Beruhigungsmittel, damit die sich wieder einpendeln. Was ich mittlerweile in sehr vielen Sessions erleben dürfte, ist, nee, 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 wenn es da wehtut, wenn es dekompensiert, wenn es dich innerlich zerstört, wenn du das Gefühl hast, jetzt stirbst du, ist es häufig genau der Weg, den du gehen musst. Also reingehen in den Schmerz, begleitet reingehen in den Schmerz, durchgehen, merken, du stirbst nicht und rausgehen und dann stärker sein als vorher, weil du merkst, oh, ich habe mich diesem Thema gewidmet, ich habe das annehmen können. Warum machen wir das nicht? Wir leben in einer Kultur der Schmerzvermeidung. Wir leben in einer Kultur, das passt schon. Wir leben in einer Kultur der Selbstregulation. Wir leben in keiner Kultur, das, ich zeige mich mal authentisch, ich sage mal, etwas ist scheiße. Wir leben in einer Kultur der Rollen. Was ist angemessen in diesem oder in jem Moment? Und auf einer oberflächlichen Ebene funktionieren wir alle wundervoll. Also super, die meisten Menschen kommen damit prima zurecht, aber kennst du das nicht auch, vielleicht auch bei dir oder bei anderen, dass du sagst, das ist eine Maske, das ist eine Rolle, ich spüre die Menschen nicht, die sind nicht echt. Und kennst du das nicht auch, dass Menschen, die du emotional magst, denen du dich nahe fühlst, denen du was abnimmst, denen du glaubst, die authentisch sind, die echt sind, die sind völlig anders. Die zeigen auch mal Gefühle, die sind vielleicht sogar mal sozial unangemessen. Die kriegen mal im falschen Setting einen Wutanfall, die sind auch vielleicht mal ungerecht oder die sind impulsiv oder die zeigen sich verletzlich. Aber diese Verletzlichkeit ist nicht tatsächlich Verletzlichkeit, sondern diese Art der Verletzlichkeit ist Ehrlichkeit, ist Offenheit. Und dann fragt man sich als kontrollierter, emotional stabiler Mensch, wie kann sich der denn so verletzlich zeigen? Die Frage ist, wer ist der wirklich Verletzliche? Der, der darauf angewiesen ist, sich immer emotional kontrollieren zu müssen oder der, der sich auch offen und verletzlich zeigen kann? Und die Antwort kannst du dir natürlich selber geben. Das ist derjenige, der sich zeigen kann, der ist nicht verletzlich, weil er das als einen Teil seines Lebens annimmt. Und das Leben ist wie so ein Fluss. Das ist fast so, du gehst auf deinem Schlauchboot, bist du auf dem Fluss unterwegs. Du kannst nicht beeinflussen, in welche Richtung der Fluss weht oder fließt. Manchmal fließt der Fluss irgendwo durch eine Stromschnelle. Und dann ist dein Job im Prinzip nichts anderes, dich darum zu kümmern, dass dein Schlauchboot okay ist, dass du irgendwelche Macken flickst, dass du ruderst und paddelst. Und manchmal ist der Fluss des Lebens was Ruhiges, Schönes. Kannst du entlangfließen auf dem Fluss des Lebens. Super. Deine Aufgabe ist nicht zu sagen, das Leben ist scheiße oder mir ist das und das passiert oder jenes. Deine Aufgabe ist, dich um dein Schlauchboot zu kümmern. Manchmal kann es auch sein, dass du aufgrund eines Traumas, eines Schmerzes, eines Verlustes irgendwo an Land ruderst sagst. Bei dem Fluss mache ich nicht mehr mit. Dann bist du da und bleibst da. Oder du bleibst stecken. Und dann analysierst du, warum bin ich denn hier stecken geblieben? Auf der Sandbank gelandet. Manche Menschen bleiben Jahre, Jahrzehnte lang stecken und wissen ganz genau, welchen Fehler sie gemacht haben beim Rudern. Wann sie wo falsch gerudert haben. Und dann sind sie da und dann bleiben sie da. Und dann ist das ihr Fleckchen im Fluss, ihre Sandbank, an der sie gestrandet sind. Falsch. Auch hier, du widmest dich nicht dem Leben, sondern du sagst, ein Trauma hat zu irgendwas geführt, eine falsche Abweigung hat zu irgendwas geführt. Was wäre deine eigentliche Aufgabe? Aufstehen, rausgehen, aus dem Boot, Boot frei ruckeln, wieder rein ins Boot, weiter rudern. Kümmer dich um dein Schlauchboot. Hattest eine Macke, verlierst Luft, kümmer dich drum. Was anderes wird dir nicht übrig bleiben. Insofern, immer dann, wenn du sowas ähnliches hast, wie am Anfang dessen, was ich erzählt habe, also ein Verhalten beibehältst, welches dir eigentlich schadet, dann frag dich mal, was dahinter steht. Stop it. Warum hörst du nicht auf? Bist du in einer toxischen Beziehung? Dein Partner erzählt dir das Blaue vom Himmel runter. Dein Wohl und Wehe hängt davon ab, ob dich der Partner mag oder nicht. Warum magst du dich denn selber nicht? Warum ist denn dein, du brauchst nicht das Schlauchboot des Partners. Du hast selber ein Schlauchboot. Wo ist der Riss? Wo ist das Loch? Schau hin. Und dann kannst du Stop it machen. Gehst du mit dir nicht liebevoll um? Warum bist du jemand, der vom Leben immer zu wenig erwartet? Bist du jemand, der überkritisch ist mit sich? Brauchst du immer ganz viel Bestätigung, ganz viel Lob, ganz viel Anerkennung? Muss immer alles perfekt sein, damit du dich traust, Dinge zu machen? Das Leben ist so nicht. Der Fluss ist so nicht. Aber wenn du immer ganz viel Bestätigung, Ordnung, Anerkennung, wenn du immer ganz viel brauchst, damit du funktionierst, dann frag dich mal, woher kommt denn das? Also wo ist in dir drinnen diese Wunde? Wo ist in dir drinnen der Schmerz? Brauchst du immer ganz viel Kontrolle? Was wäre denn, wenn es gar keine Kontrolle gibt? Woher kommt denn der Wund, dass du immer alles kontrollieren musst? Mein Gott, dann würde alles zusammenbrechen. Ja, was würde zusammenbrechen? Deine Ordnung würde zusammenbrechen. Warum? Ja, was wäre denn schlimm, wenn deine Ordnung zusammenbricht? Diese Gefühle, diese Schmerzen. Und wenn du jetzt ein bisschen was mit dem anfangen kannst, worüber ich die ganze Zeit spreche, dann bitte ich dich doch mal, dich ernsthaft zu fragen. Gibt es irgendwelche Bereiche in dir, wo du merkst, da will ich gar nicht hinschauen. Das tut weh. Oh, da bin ich mal verletzt worden. Oh, das ist unangenehm. Das macht man nicht. Ganz oft, ganz oft, und Achtung, letzte Sätze hier. Ganz oft ist das, was dich in deinem Leben behindert, vom wirklichen Erfolg abbringt, von der wirklichen Erfüllung Glück und Zufriedenheit abbringt, das ist, dass du genau an diese Stellen nicht hingucken möchtest. Weil das unangenehm ist. Und ganz egal, wie gut du im Außen funktionierst, ganz egal, wie gut du äußerlich funktionierst, bist du immer noch unauthentisch. Und vielleicht kennst du das. Manchmal sagt man, mein Gott, wie kann die sich so geben, wie sie ist? Wie kann der sich so geben, wie der ist? Weil er weiß, wer er ist. Und in dem Moment, wo du übermäßig kontrollierst und genau diese Schmerzen vermeidest, bist du jemand, der mit einer Maske durchs Leben läuft. Und hier der Hinweis, guck dahin, warum, was versteckst du mit dieser Maske? Erst wenn du dich diesem Thema widmest, erst wenn du dich diesem Thema widmest, erst wenn du durch den Schmerz durchgehst, durch die Welle durchgehst, sie erlebst, sie verarbeitest und merkst, du bist danach immer noch am Leben, dann erst bist du frei. Also zurück zum Anfang. Hast du irgendein selbst schädigendes Verhalten? Stop it.